Hey meine Lieben und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Gameplay- bzw. Ligaspiel von Heroes of the Storm. Sturm, sag ich schon alleine. So, wir spielen Grabkammer der Spinnkönigin. In meinem Team ist Sylvanas, Lydie, Kaelthas, Jaina und die liebe Valla. Im gegnerischen Team befindet sich Johanna, Kara Team, Sergent Hammer, Arthas und Raynor. Und wir gucken mal, ob wir das Ding gewinnen oder nicht und ich gehe auf jeden Fall auf den Bot mit der lieben Lili. Bin mal gespannt, mal gucken, wer unten zu uns kommt. Als ob das was bringt, sich da drinnen zu verstecken, ehrlich. Nebenbei, was ich sagen muss, wir haben gar keinen Tank. Wir haben drei Schadenshausteiler. Ob das jetzt so eine gute Idee gewesen ist, weiß ich jetzt noch nicht. Löscht die metallenen Spinnen auf. Bringt die Juwelen der Macht zu meinem Alter. Okay, jetzt geht er zurück. Okay, jetzt geht er zurück. Bis jetzt halten wir das aber hier unten eigentlich relativ gut. Wenn er mich dauernd immer anvisiert. Komm, wir gehen natürlich trotzdem wieder nach unten. Ah, ich wollte gerade ausweichen. Okay, Lili wollte was zum Heilbrunnen trinken. Das hat sie ja, glaube ich, auch gerade gemacht. Immer schöne Bewegung bleiben. Nicht lange stehen bleiben. Voll die gewisse Taktik. Ja, okay. Na, lässt du mich mal hier in Ruhe? Ich habe keine Mana mehr. Ich muss wahrscheinlich auch gleich einmal wieder kurz was trinken. Äh, nein. Heute mal nicht. Ich gebe mal eben einmal gleich ab. Okay, wir haben wenigstens ja schon... Ja, okay, die Gegner sind auch auf vier. Gucken wir mal, ob ich die abgeben kann. Schön immer auf ein Bot achten. Ja, kann ich abgeben. Pass auf, oben. Genau, deswegen Vorsicht. Ah, Mann. Ich will die ganze Zeit ehrlich gesagt nur das Camp einnehmen. Kommt aber, glaube ich, nicht so gut. Weil die sich halt hier die ganze Zeit befinden, ne? Ah, fast wäre ich da reingelaufen. Gucken, ob die mir helfen tun mögen, irgendjemand von denen. Bin ich mal gespannt. Ah, shit. Oh, mein Kämpfe irgendwie alle alleine. Ist natürlich auch sehr unschön. Den haben die jetzt da oben. In der Mitte. Okay, Walla hat gar keinen in der Mitte. Läuft bei ihr. Ja, die befinden sich hier... Die holen sich hier zu 100%ig das Camp. Mal gucken. Was finden wir immer nach unten? Ne, tatsächlich nicht. Okay, dann gehen wir drauf. Jetzt hat es noch keine Ahnung, gerade wo sich die Gegner befinden. Aber läuft bei ihnen. Hauptsache, wir kommen unten auf der Botfläche ein bisschen durch. Die Spinnen werden eure Feind unterstützen. Dafür haben wir uns wenigstens das eine Low Camp hier geholt. Ein bisschen durch sind wir hier ja trotzdem schon mal. Vorsicht. Ah, wir müssen natürlich eigentlich schon auf die Spinne drauf gehen. Okay, die sind hier aber ziemlich low. Ey, was haben die denn mit mir? Ehrlich? Oh shit, jetzt hat er mich wieder... Ah, 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 ah! Okay, die untere Spinne haben wir jetzt wenigstens geschafft. Hätte nicht mitgerechnet. Da kam uns aber das Camp, glaube ich, ein bisschen zugute. Okay, unten sind wir durch. Meine Netzweber sind gefallen. Sammelt Juwelen. Sonst wird euch das selbe Schicksal ereilen. Du musst gleich unbedingt einmal weg. Beziehungsweise einmal abgeben. Ich versuche mal hier das Hard Camp zu holen. Ich hoffe, ja, okay, Lilly kommt wahrscheinlich gleich hinterher. Sehr schön. Das heißt, wir haben gleich die Spinne und das eine Hard Camp, was dann mit wahrscheinlich ein bisschen durchpushen wird. Die Stimme Elemente wirklich für die Stimme Elemente, finde ich echt episch. Ja, läuft. Super. So, wir pushen trotzdem die Boden weiter die Bot lang. Die werden mich jetzt damit ein bisschen abgelenkt sein. Okay, Vala kommt jetzt mal nach unten. Ich weiß nicht, wie wir mit die T-Bot pushen oder was. Denke ich. Sieht so aus auf jeden Fall. Klar ziehen, kommt von hinten. Ja, das war klar gewesen. Und ich verschwinde mal. Ehrlich, wieso wollte ich jetzt alle nach da unten? Okay, wir verschwinden nach unten und holen uns einmal bitte das Low Camp. Okay, Elthas befindet sich oben auf der Top. Ich habe gerade gar keine Juwelen, das ist ziemlich amüsant. Na los, komm, 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 bevor die von oben kommen. Super. So, auf der Bot pushen wir tatsächlich schon ganz gut. Na, wie sieht es aus? Oh, gar keiner. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, die passen jetzt natürlich logischerweise unten ziemlich gut auf. Zerstören wir doch hier mal ein bisschen was. Hier müssen wir vorsichtig sein, weil die kommen hundertprozentig gleich von unten. Sag ich doch, weg hier. Ah. Die Ulti von Lily war jetzt gerade... Oh lol, Sersion Hammer, habe ich gar keinen Bock zu. So, geht. Jetzt muss ich aufpassen, dass sie das halt nicht mit einsammeln. Eigentlich. So, ich verschwinde jetzt mal hier und werde mal hier ein bisschen versuchen, was zu zerstören. So, dann haben wir die Türme auch schon mal erledigt. Irgendwie noch einmal schnell auf den Heilpon draufgehen. Ja, das haben wir nämlich auch schon mal geschafft. Ich würde gerade sagen, warum lassen die uns jetzt hier gerade in Ruhe? Scheiße. Oh, die gehen jetzt hier alle unten auf der Bord. Das war so klar gewesen. Oh Gott, ich muss ja mal zurück. Der 13-13-Level-Unterschied ist nicht so wirklich vorhanden. Die sind alle auf der Bord. Ich weiß nicht, warum Kael das da irgendwie der Meinung ist, hier alleine da irgendwie durchpushen zu wollen. Jetzt Ende mit. Bitteschön. Dankeschön. Amen. Bastbar gerade in der Luft. Wie sieht das jetzt hier aus? So, kommen wir uns hier oben mal drum. Oh, Pael das. Und der nächste. Ah! Nein, das gibt's nicht! Alle sind da auf mich gegangen. What the fuck? Ehrlich. Ihr habt euer Versprechen erfüllt. Ein Marien gehört uns. Oh, 20 Sekunden sind echt hart und lange. Die sind alle nur noch low, wollte ich gerade sagen. Ja, geht auf ihn. Auf sie meine ich. Sehr schön. Jetzt noch auf... Ja. Und genau, perfekt. Ich komme nach oben. Ich hoffe mal, äh... Ja, abwarten. Wollen wir nicht da hin? Nein, wollen wir nicht? Okay. Dann verschwinden wir mal unten mit... Auf die Bord. Mit der lieben Jane auch. Spielen wir doch mal ein bisschen. Ja, das habe ich geart, dass sie mich jetzt nicht alle hier finden. Nimmt bitte mal die Camps ein. Das wäre sehr nett von euch. Ob die es jetzt machen oder nicht, ist natürlich jetzt die andere Geschichte. Wir hätten eben gerade fällt mir mal ein, dass ich etwas machen könnte. Ich warte auf die Juwelen. Bringt sie zu den Altaren. Bringt ihr ihre Macht. Nimmst du das mal ein, das Camp? Danke. So, wir unterstützen jetzt mal Valar mit. Und helfen gleich mal. Ja, ich würde mal sagen, in der Mid auf jeden Fall durch. Ah, ich laufe da natürlich volle Karte rein. Oh, ich muss einmal... Ah, ich weiß nicht. Okay, sieht doch gut aus. Drei Leute. Ich wäre dafür, dass wir den Boss machen. Oh, das müssen wir hinkriegen. Wir haben drei Schadensausteiler. Ein Heal. Ja, super. Ich muss gleich bloß zurück, weil ich habe keine Mana mehr. Und ich weiß auch nicht jetzt, wo sich das gegnerische Team befindet. Äh, das gegnerische Team, meinte ich. Ich würde sagen, dass es gerade in der Mitte und es gibt wahrscheinlich irgendwelche... Ah, ich kann gerade nichts machen. Ich wollte, würde gerne einmal abgeben. Wie können wir uns jetzt erstmal da oben natürlich drum? Wie sieht es aus? Ah, wir haben im Moment nicht so viele. Okay, ich muss einmal zurück. Wir könnten jetzt unten alleine pushen, das wäre aber eigentlich schwachsinnig. Ja, jetzt haben wir die natürlich abgegeben. Shit, shit, shit,し, shit, los! Da, ja, super! So läuft's doch! Jetzt können wir hier oben... Oh, nämlich alleine... Oh, lol... Los, komm, 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 komm! Okay, die Ulti jetzt von ihm. Sag mal, willst du mir hier nicht mal in Ruhe lassen? Oh, das... Gegen sie hier ist das echt kompliziert, irgendwie, wirklich ohne einen ordentlichen, äh, 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 Damage-Dealer. Wollte ich gerade sagen, hier irgendwie voranzukommen. Aber wir haben eigentlich einen relativ guten Level-Unterschied. Man sieht's vielleicht auch, wie weit wir jetzt vorgedrungen sind. Okay, unten befindet sich jetzt die Spider-Man noch. Bleibt ihr auch mal hier? Hallo? Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt mit Waller? Der ist halt eben noch 22, äh, Gewäle, wollte ich gerade sagen, äh, sollten wir vielleicht mal abgeben. Die befinden sich nicht alle jetzt auf den Top, die wollen die Top pushen. Wir holen uns jetzt einmal das gegnerische Camp. Nein! Ah, zu spät! Lol! Ich will hier den Brunnen auf jeden Fall vernichten. So, jetzt hier unten schön drauf. Die befinden sich jetzt alle oben. Ah, ich hab keine Mana mehr! Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit der Turm jetzt ist. Okay, vernichtet. Äh, oh, doch noch nicht. Huch! Scheiße, das Team kommt gleich, das Team kommt gleich, das Team kommt gleich. Bitte lass mich jetzt verdammt nochmal! Ah, zurück! Nein! Zu feuerlich. Die Ulti ist gut. Komm, 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 komm. Sehr cool vom Team, dass es gerade mit nach unten gekommen ist. So, vernichtet. Die Ulti von Walla kann ich leider gerade mal nicht unterbrechen. So, aufvernichtet, sehr schön. Jetzt gehen wir hier auf das Türmchen drauf. Aufvernichtet. Ah! Moment, wir holen jetzt mal einmal kurz das Camp hier. Ja, ich glaube, die merken das gerade. Ich hoffe, die gehen jetzt wieder nach oben zum Boss. Oh, bitte, 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 bitte. Perfekt. Abgelenkt. Hihihi, jetzt gehen wir einmal zurück. Ich weiß nicht, ob das da eine gute Idee ist. Okay, gut. Ich verstecke mich mal hier. Gehen wir mal mit dahin. Die gehen jetzt schon auf den Boss. Die haben jetzt schon den Boss und ich denke, jetzt ist das Spiel auch tatsächlich gleich vorbei. Ahhhh, wow, danke. Sehr gute Ulti. Ja, super. Läuft bei uns, läuft bei uns. Und ich glaube, jetzt müssten wir das eigentlich gleich geschafft haben. Ja. GG. Und dann kommt die. Wuhu! Eine weitere Runde für uns. Yeah! Was backt denn da so rum? Was zieht ihr das da hier zwischen dem Sieg? Loll. Na, mal gucken wie weit wir jetzt kommen. Wir müssen jetzt 48 noch kommen. Yeaay! Oh toll, 46 hätte ich... Ja, komm. Na egal. So, wir schauen uns auf jeden Fall die Stats nochmal an. Heldenschaden. Wow, Walla hat mich tatsächlich noch ziemlich gut eingeholt mit dem Heldenschaden. Sergent Hammer aus dem gegnerischen Team ist mit Dino Gebäudeschaden ziemlich weit vor. Danach komme ich auf den zweiten Platz wieder mit der lieben Sivanas. Wieder eine sehr coole Runde, vor allem am Anfang. Ja, noch ein bisschen unschön gewesen, würde ich mal sagen. Da bin ich ja dann doch einmal öfters gestorben, wenn sie zweimal, um genau zu sein. Und ja, dann bedanke ich mich und dann sage ich mal wieder tschüss. Bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.